Willkommen zurück bei Speedrunners mit dem Koili und dem Josh-Man und dem Chris-Pro im Chat. Mal wieder moin, ganz unauffällig. Ja, ich würde sagen, wir nehmen uns mal des Inkaufszentrums an und schauen mal, was dabei rumkommt. Schwierigkeit erfahren. Okay, das steigert sich schnell, oder? Ich fand jetzt schon das letzte da gar nicht so leicht. Ja, da bin ich ziemlich oft gescheitert, ne? Ja. Ja, aber geht das bei euch los? Äh, nö, ich habe mir gerade vier Sekunden. Ah, jetzt. Pass auf, Stacheln und Laser auf und Chris-Pro. Ja. Und den nackten Mann. Ja. Ja, Rollenverteilung bleibt übrigens gleich, der Feuerkasten, alter, Taubet! Alter, der nackte Mann hat er gebrochen. Oh, nein. Stacheln sind immer nicht so geil. Ich habe auch keine Ahnung, was hier vorne kommt. Hat keiner. Ich muss euch zeigen, das hat ja keiner. Wow. 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 Yo, ist klar. Ja, ist klar. Ja, jetzt gebe ich Gas. Ach, der hat es los. Oh. Oh, hättest du das nicht mal vorher machen können? Sorry. Aber die Frau hat ja noch Probleme. Das war es doch schon, oder? Ja, nein. Easy. Können wir ein neuer Lieblingskurs werden. Wäre so schlecht, so schlimm ist der nicht, ne? Aber... Oh, Alter, wer stellt denn hier die ganze Kacke? Oh, was machst du denn da? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Es war so klar. Und ihr behindert euch alle gegenseitig. Wie genial ist das denn bitte? Und tschüss. Genial war mal wieder meine eigene Rakete. Ja. Und tschüss. Da bist du immer groß drin. Oh, tschüss. Oh, oh, oi, oi, oi. Yo. Aber jetzt machst du nicht auf für ihn. Danke. Ja. Hat er nicht ganz verstanden. Da ist der Game Changer. Das Einhorn ist wenigstens noch ein Gentleman. Mach die Tür für den Bob auf. Für Barbie auch. Bob Challenge, jetzt musste die Rakete loswerden. Jetzt noch mehr. Oh, das war ja schon verskillt. Oh, Bob und seine Kisten. Das ist immer gefährlich. Selten sieht man den Skill. Aber wenn er ihn mal auspackt. Ja, sieht. Oh nein. Oh nein. Fuck. Ja, das war's. Tschüss. Diese Wandsprünge, das ist nicht meins. Oh, Chris, Bro. Kümmer dich um die Leute vorne und nicht um die Leute hinten. Da, Junge, fress! Hat er doppelt gefressen? Keine Ahnung. Er hat gar nicht gefressen, würde ich sagen. Nee, ich guck da nicht so drauf. Ich muss mich konzentrieren. Ich guck was die anderen so essen und schricken und schaßen. Wow, Alter, Jörgen. Oh, Alter, wir hätten hier so dumme Kisten hingestellt. Oh, oh. Jungs, ihr macht euch selber fertig. Und tschüss. Auch weil die schneller runtergefallen sind, oder was? Ja, der Chris Pro schafft das auch nicht mehr. Boops. Mach's auch nicht. Ah, die Lady, Leute. Es ist Ladylike. Ich merk schon, ne. Wow, das war gar nicht so Ladylike gerade. Rucks auf den Bob, würde ich sagen. Ja, machst du nix. Aber der Joshmin sieht jetzt auch nicht so aus, als wäre er gerade Erster. Hier, fress mal. Oh, was ist das? Ja, keine Ahnung, der Nackte, man hat's gespürt. Irgendwas feuriges am Po. Hier, Kisten. Schau mal, das ist doch ein Steppbad, hier. Schädel. Boah, ich komm hier aber auch nicht voran gerade, ey. Oh, da sind noch mal Kisten. Er läuft bei mir. Wow. Ja, jetzt kommt der Bohrer. Nein, der Bohrer hat mich weggeschickt. Ei, du. Mach's weg. Mach weg. Oh, nicht schon wieder so ne Bombe. Wir sind alle noch dabei? Was ist denn hier kaputt? Alter! Nee. Das ist nicht gut. Oh, das ist das so. Dem nackten Mann hab ich geholfen. Siehste? Du darfst bei Zeiten revanchieren. Danke, Bob. War kein Ding. Ich finde, Frau und Mann sollten doch zusammenhalten. Ja. Oh, Schiedel. Nein. Ich glaube, Coily hat's verkackt. Nee, ich hab's verkackt. Ich mach den Hornbohrer. Oh, bevor er weg... Boah, der Coily. Was? Ich hab' nicht gegrabbelt. Jawohl, Coily. Ah, der Coily hat's gemacht. Ah, Coily hat nochmal einen rausgeholt. Ich weiß nicht, ob der gewinn wird oder verlieren wird. Aber einmal hat er es geschafft. Boah. Er springen, Mäuschen! Oh, Chris war schon draußen. Der Bildschirm ist klein. Oh, nicht gut. Ja, nicht gut war. Und cool. Ah, der Josh, wenn ich ne Bombe entzündet sie nicht. So einer ist er. Muss man die auch noch sünden? Ja. Das hat mir niemand gesagt. Ja, wieso sollten wir das denn auch sagen? Oh, der nackte Mann, er machte wieder den Spezialtrick Nummer 1. Oh, nicht gut. Opa. Nein, oh, nicht gut. Was ist das? Oh, das ist tot. Josh, man, du schaffst das! Nein! Nein! Yes, baby! Verdammt! War nicht so meine Sprecke, muss ich sagen. War nicht so meine Sprecke. Ist auch nicht so easy-peasy. Casino kann ich jetzt auch. Ich hab jetzt Moonbreaker, hey. Kraftwerk. Oh. Alter, habt ihr schon die Disco? Nein, ich hab noch gar nichts da oben zu sehen. Hast du schon die Disco? Nee. Okay, aber wenn ihr euch verschieden verteilt, dann können wir die Disco spielen. Ja, schon, ich hab' sie ja. Äh, wir müssen alle noch ein A drücken oder Enter oder sowas. Jo. Dann mal los. Wollen wir mal gucken, ob die Disco kommt. Nee. Na egal, daneben das Schiffchen, ne? Was ist das? Die SS Royal. Das. Ich weiß gar nicht, wer ihr letztes Mal die Krone aufhatte. Äh, das war nicht. Nee, das war der Jockman, glaube ich. Oh Mist, zu früh umgedreht. Ja. Das hat mich selber doch aufgehalten. Oh, jetzt kommt der mit dem Hornbohrer vorbei. Ja eben. Er setzt Hornbohrerattacke ein. Das ist sehr effektiv. noch etwas. Oh, das war gar nicht gut. Einmal verzogen. Richtig verrissen. Ey. Was macht denn der... Was war das denn? Ach, das war dieser komische... Was ist der Feuerball nach hinten, Jocke? Feuerball nach hinten, ja. Der Bob und seine ganzen Waffen da. Alter, wie viele Intents hast du eigentlich? Ja, das ist der Vorteil des Ersten. Nein, 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 dieses kann ich nicht. Für jede Krisensituation ein Item, ne? Ja. Oh nein. Was? Ah, der Bond Girl. Der Bond Girl, ja. Jonge, du bist ein Eisklotz. Ja, ich merk schon. Alter, der ist ja richtig mies. Ja, das ist ja. Der Haken, der ging. Oh. Oh, Jorgen, zieh doch nicht mit deinem Haken da wieder rum. Jorgen, das ist geile Bond Girl. Ja, ich glaub den Feuermann mag ich nicht. Der macht immer so Feuersachen. Tschüss. Jorgen, der ist heiß, sag ich dir. Jorgen, der ist heißer als ein Vulkan. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Dass ihr die Kästen so gerne mögt. Hätte ich gar nicht gedacht. Ey. Ich räumt aber auch gerne für den Bob auf, ne? Ich räumt aber auch gerne für den Bob auf, ne? Hat ich auch. Jorgen, Doppelrakete. Alter. Hat aber nicht viel gebracht. Oh, fuck. Ey, da ist dieser Moonbreaker schon wieder da vorne. Wurde auch Zeit, ne? Mach dir das Balletttänzchen da. Kann sie. Nein. Da will man's besonders skillig machen und dann geht's richtig los. Richtig, das ist immer das größte Problem. Also mal. Bob, ist das noch normal da? Moonraker, Baby. Immer seine Spezialwaffen da. Ja, ich hab nichts gekriegt. Ja gut, ansonsten kriegst du auch immer was. Nee, das ist... Fang! Ja gut, ich bin tot. Nein! Jorgen! Jetzt gibt's einfach nicht. Danke, Jorgen. Das ist fairer Wettbewerb. Danke, Jorgen. Ich merk schon. Fairer Wettbewerb. Erst ausgeschaltet und dann doch... Oh, oh. Uncool. Langsam wird das Bild wieder ein bisschen klein. Alter, geh die echt auf den letzten, wie behindert ist das denn? Ja, zufällig, würd ich sagen. Oh, der Moonbreaker ist schon wieder vorne, ey. Es gibt es doch nicht. Ah, steht es. Der Bob, der macht da einfach so Sachen und dann denkst du so... Ja, aber jetzt hat er es verkackt. Jetzt hat er es verkackt. Jetzt hat er es verkackt. Jetzt hat er verkackt. Der macht da einfach so Sachen, ja. Die Sachen sind aber nicht unbedingt immer gut. Aber er macht die Sachen. Der hat nicht nur locker. Oh ja! Der gerade läuft. Sein Ernst! Aber wie lange wollt ihr mich diese dummen Dinger bitte noch verfolgen? Nein, ich hab's wieder verkackt! Ja, guck mal wieder dieser Haken! Alter, das ist so krank! Der machte aber auch nix, da kann's dir noch so gut sein! Immer das gleiche mit dem Bob hier! Kann doch nicht wahr sein! Kann doch nicht wahr sein, ey! Immer hat er irgendein Kram dabei! Klar, erst der mit dem Kram! Hat er den Haken versetzt! Das ist nicht zu fassen! Das war richtig stark! Aber das war richtig schwach! Oh, oh! Jetzt trifft... Ne, schade! Ich dachte der Bob trifft sich dann selber! Ne, ne, ne! So weit sind wir nun auch noch nicht! Ja, mit dem Rocket treffe ich mich immer gerne selber! Alter! Dann macht er's! Dann macht er's! Dann macht er's! Bam, Junge! Ey! In dein Gesicht! Ich merke schon! Es ist unglaublich! Alter! Ich kann es sogar schon in den Zoo! Aber soweit sind wir noch nicht! Kann ich Vergnügungsparkt! Ja, aber können wir jetzt noch ein paar mehr in die Disco? Ne, ne! Ich kann immer noch nur ins Einkaufszentrum! Ja komm, wo war's denn am Spann... Wir gehen einfach wieder auf die Startkarte, oder? Oder wollen wir auch zufällig gehen? Ja, von mir aus! Wo ist zufällig? Unten! Bin ich dabei! Ja, was hab ich denn hier gerade? Workshop-Level? Was soll das denn? Hä? Warte! Sorry, Leute! Wir müssen kurz Cut machen! Ich bin, glaub ich, rausgeflogen, oder? Komm ich jetzt hier so wieder rein? Go! So, letzte Map soll der Zufall entscheiden! Letzte Map soll der Zufall entscheiden! In einer Sekunde! Ey, nicht wundern! Ich bin jetzt das kleine Rehböckchen! Ja, und ich, äh... Bin jetzt Barbie! Ja, du bist jetzt Barbie! Aber pass mal auf! Alter, der Rehbock ist ja geil! Guck mal, seine Beinchen an! Wow! Alter, die ist bestimmt viel schneller jetzt! Das hab ich so im Gefühl! Wo? Ja, die ist... Alter! Was war das denn? Alter, alle Kästen sind weg! Nice! Boah! Ey! Das ist... Was war das denn? Das war Sprengstoff, Freunde! Vor allem, auf sowas hat er auch noch Zeit zu achten, weißt du? Boah, fuck ey! Das geht doch einfach nicht! Alter, die Frau lebt trotzdem noch! Alter, dass er noch in dem Moment da oben an der Degge hängt! Nein! Jungs! Killig! Achja, das war ja die Aktion! Stimmt! Oh! Meine Güte! Ihr seid aber auch da höchst konzentriert! Man hört nichts mehr! Gibt's nicht! Hier den Blumentopf mitgenommen! Nein! Du hast einen Haken gehabt! Ja! Ja! Boah! Ja, das war jetzt nicht so schwer darauf! Jawoll! Das war eng, du! Ja! Oh nein! Ich sag dir, das Vibe hat Power, oder? Das Vibe hat richtig Power! Das war eigentlich ordentlich schnell! Ja, ist schneller als die anderen Charaktere! Ja! Sie ist viel schneller! Ja! 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 Wie ich sie für uns ausgeschaltet hab! Wie schlecht! Ah nee! Einer hat überlebt! Das Einhorn wird man nicht los! Ich frage mich gerade ernsthaft, was dieses Einhorn an Special hat! Jetzt ist das Einhorn auch weg! Uncool! Alter Jorge! Jetzt setzt er auch alles da ran! Ich hab das Gefühl, die Frau bekommt mehr items! Die macht ihre große Handtasche auf! Ja! Und hat sie vor einiges drin! Ja! Das Gefühl hab ich alles auch! Immer was parat! Immer was am Start! Ah, jetzt hab ich gerade eben kurz auf die Frau geguckt, muss ich sagen! Die Frau, die rockt, oder? Die Frau! Ich sag's dir! Da ist der Hirsch schon wieder woanders! Wollen wir echt mal den Yoshmin aufhalten, wa? Gott! Das ist ja unglaublich! Warum stehe ich eigentlich nicht immer? Da wo das ist! Gott sei Dank! Boah! Gibt es einfach nicht! Colli, das sieht echt gut aus! Das sieht die ganze Zeit schon scheiße aus für mich, aber... Ich komm auch nicht mehr weg hier! Das ist echt kacke! So... Ein... Fucking Elch, ey! Kommt einfach auch immer nicht mehr hinterher, das ist... Was?! Ja! Da ist er geslidet! Was ist? Einfach geslidet, ey! So ein fucking Elch, dass er das auch noch kann! Ja! Wieso, das kann... Das können alle nur sliden, oder? Ja, klar! Aber... Da achte ich ja nicht drauf! Ich achte doch nicht auf die anderen! Nein! Jooo! Der Elch hat sich verdammt! Die Frau gibt Gas! Oh! Oh! Alter, die Frau noch sagt im Takt! Oh! Fuck! Ey! Nein! Boah, Junge! Alter, die hüpfen noch ein paar mal auf! Alter, ist gar nichts mehr! Ja, halt! Alter, wie schillig der! Nein! Wow! Nein! Nein! Ich kann doch nichts sehen! Auch nicht! Ich kann doch nichts sehen! Wir euch auch gegenseitig einfach... Yes, Junge! Oh, dieser fucking Haken, ey! Ja, okay! Oh, jetzt hab ich meinen Start verpasst! Ja, ich auch! Ja, das war kacke! Das macht ja nichts mehr! Das konnte ich nicht mehr sagen! Kann der Elch ja jetzt endlich unbeschwert laufen! Oh, noch mal Zeit, dass der mal freigelassen wird! Der arme Elch, weißt du, der im Tierpark alles aushalten musste! Kannst dir nicht vorstellen! Hey! Alter, irgendwann merke ich mir das hier auch mal! Danke! Das ist unglaublich, guys! Respekt! Oh! Der fucking Haken! Wiese Aktion da! Richtig wies! Aber... Gut zurückgekommen, Kryptbrox! Was?! Oh, hat er fucking kackt! Hä, wie kann man... Du hast ihn kack-zack! Du hast ihn kack-zack! Du hast das... Jawohl, der ist ein Horn! Ich glaube, zwei Mal hintereinander, das Ding, weißt du! Das Einhorn! Wahnsinn! Ziemlich unchillig von ihm! Ich glaube, er ist kein gechillter Gamer mehr! Oh, Alter! Der Elch geht hoch raus! Oh, geil! Hat nichts gebracht! Alter, Jorge! Was hat die Drohne gegen den Elch? Ja, richtig, ich hab's auch den Elch! Das merke ich schon! Oh! Oh, Alter! Den Elch hassen sie aber auch alle! Ich nehme nicht wieder den Elch! Alle hassen Tiere, glaube ich. Leute, kommt mal auf euer Leben klar. Hagenberg wäre kein Ort für euch. Ich will nur meine kleine Reku glücklich machen und ihr wollt mein Leben zerstören. Was meinst du, warum der Elch das Gewehr erst dabei hat? Man sollte bei sowas nicht unten lang gehen. Das ist halt der Elchmann. Alter, schon wieder wurde der Elch festgehalten mit so einem Haken, weißt du? Dier und Tierschützer, ich glaub's im Leben nicht. Oh, das sieht schlecht aus für den Elch. Nein! Aber der Elch ist skilly, Leute. Der Elch ist skilly. Alter, er war schon wieder bei der Frau. Da kam wieder der nackte Mann und entblößte seinen Haken. Nein, und er schoss sich selber raus. Echt jetzt? Echt jetzt? Der Elch hat ne Eiswaffe. Nein! Der nackte Mann hat wieder seinen Haken rausgeholt. Alter, den Haken vom nackten Mann willst du aber auch nicht haben. Nee, echt nicht. Aber wir holen immerhin seinen Haken raus. Die Eiswaffe ist ja wohl richtig. Na, der riss nicht raus. Es ist aber auch mit euch. Au, Mann, ich glaub der Elch ist raus. Der ist einfach nicht mehr auf Tempo gekommen. Aber ich glaub, der Crispo möchte auch, dass die Frau gewinnt. Ich glaub, der ist immer auf der Seite der Frau. Mit seinem... Meinst du nicht Einhörner sind immer auf der Seite der Frau? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Guck dir das an. Ich wollte sagen, er läuft extra durch die Kisten da durch. Ja. Jetzt holt er sich Sprengstoff, den er nicht nach vorne werfen kann. Machs richtiges Geld, Crispo. Lass ihn eine Runde lang stehen und warte, ob ich ja schon rein rennen. Alter, das Einhorn ist aber auch schnell, ey. Ja, da war es so zu viel gemacht. Boah, das ist aber auch wieder ein Packhandest-Duell hier. Cris, Bro, Cris, Bronx. Oh, das war's. Oh, die Frau nimmt die Kisten mit. Ja, ist klar, die will alles mitnehmen, was es so gibt. Ja. Shopping Queen. Oh, das war's mit meinem. Das war's. Jawoll. Wie schau ich, sag's doch. Die ist okay. Ich glaub, der Damage war wieder real. Alter, jetzt hab ich auch was geschickt. Ah, jetzt hab ich erst die Druckwelle, hey. Ich wollte sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Speedrunners, ne? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.